So, dann wollen wir noch mal ein bisschen große Operationen hier zocken, wa? Was ist denn mit meinem? Die deutsche Armee greift entlang der niederländischen Grenze an und der Letzter mit Holland zu enthalten. Das kann ich ja nicht leiden, echt. Vermutlich bereiten ihre Fallschirmjäger einen groß angelegten Angriff auf unsere schwere Artillerie vor. Wir schützen unsere Kanonen. Ohne sie haben wir nichts... Ja, ja, ist ja gut. Äh, was mach ich denn? Was nehm ich denn? Ich nehm mal den hier. Komm schon, ich will irgendwo starten. Oh man, ich will nicht da am Ende starten. Achtung, die verbliebenen Ziele müssen verteidigt werden. Mhm. Auf geht's. Es ist nur noch ein Ziel übrig. Verteidigt es um jeden Preis. Na toll. Auf geht's. Ja, auf geht's. Der fährt Granate. Ja. Ja. Das ist ja gar nichts. Ich hab keinen gesehen. Hm. Naja, Ende vom Tag 1, das ist doch legal. Wir haben unsere gesamte schwere Artillerie verloren und haben nichts, um die deutschen Landezonen zu bombardieren. Nach diesem Erfolg müssen wir damit rechnen, dass die Deutschen bald ihren großen Angriff einleiten werden. Quatsch. Okay. Ich muss nur meine Grafikeinstellung ändern, aber ist egal. Was soll das? Ah, los, ich will töten. Komm, schau mal. Unsere verbliebene Artillerie hatte bei der Störung der deutschen Luft. Oh Gott, ich hoffe. Jetzt steht uns ihr Hauptangriff auf den Straßen von Rotterdam bevor. Haltet jeden Block so lange wie möglich und zieht euch dann zurück. Wir werden Jerrys Hoffnung auf einen leichten Sieg zunichten. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ah, da kommen Panzer, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Panzerabwehrmine. Nehmen wir. Stopperabwehrmine. 18 Sekunden. Hab ich noch Zeit. Okay, 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 what I get Can I build something here? That one we can build, but we can't build any more, right? Puh, puh, puh! Oh, no, she's coming from the side, 2 or 3, or 15, okay, I will quickly die, quickly, hop, 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 hop! Ah, come, let me spawn by now I don't want this spawn here, I'll go up there hier hinten. Kann ich hier irgendwas bauen? Nope. Kann ich hier irgendwas bauen? Nope. Alter Hilfe! Boah! F***t euch, Alter! Schön, dich zu sehen! Schon was. Was legt an? Ich muss hier rüber. Geh weg! Komme ich hier noch höher? Ja nice! Oh nice! Aufpassen, Ziel Anton wird angegriffen. Alter, ich hab doch gerade nachgeladen, Mann. Hey, hilf mir doch hoch, Mann! Oh mein Gott, er guckt mich nur an. Hilf mir doch hoch! Wir haben diesen Sektor verloren. Assi, Alter. Was'n Assi, oh mein Gott. Kacke. Komm schon, komm schon, ich will hier bauen, schnell. Was gibt's, Soldat? Achtung, verteid ich den Sektor. Komm schon, ich will hier bauen. Was ist das? 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 Ich baue einfach weiter. Was ist das? 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 Wenn wir nicht unternehmen, verlieren wir Ziel Anton! Was ist das? 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 Bäm, Junge! Selbstlader weggefeuert. Danke, Mann. Ja. Ist das ein eigener geschossen oder was? Bäm, Junge! Verteidigte Sektor! Bäh! 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 Ah! Ah! Naja, ich bin tot! Ich weiß... Ja, erste Hilfe für dich! Ich habe eine Granate für Sie! Wir haben das Ziel erreicht! Was ist das? 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 Oh Gott, Upsala! Na ja, ich wollte ja eh sterben. Ach, mir nervst du schon wieder. Ok, ok schnell aus. Dum 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 dum. Was haben wir denn freigeschaltet? Was cooles? Weiß es nicht. Ich will die haben. Ja gut, natürlich dann. Oh, was war das? Was zur Hölle? Nichts nachlassen. Die haben kaum noch Leute. Weiter! Gute Arbeit. Wir haben uns Ziel Bertha geholt. Wir haben Ziel Anton verloren. Was ist los? Scheiße. Was für Dank tut das weh! Sanitäter! Wir sind in Bandwater! Scheiße! Scheiße! Helft mir! Wir haben jetzt die Kontrolle über die Sitzung! Nein! Von der Seite! Gute! Warum? Ich sterbe! Ja, ich auch! Achso, das bin ich ja. Ja, ist ja gut. Wir haben Ziel Bertha verloren, Sondaten! Ja, erobert das Ziel! Ach, da oben ist schon einer! Ja, toll! Zwei sind da schon! Ach, komm! Wieso? Denkt der ich falle umsonst um, der Troll? Wir haben gegen die militärische Macht der Deutschen unsere Qualitäten bewiesen. Sie konnten Rotterdam nicht einnehmen und belagern jetzt die Stadt. Letztlich können wir diese Schlacht nicht gewinnen und es wird über die Bedingungen der Kapitulation verhandelt. Das Leid der Zivilbevölkerung muss ein Ende haben. So! Dass wir unsere Kapitulationsbedingungen wurden mit deutschen Bomben beantwortet! Die Zerstörung der Stadtmitte ist ein abscheulicher Akt, der nicht ungesund bleiben wird! Ja.... Wir haben Befehl zum Gegenangriff erhalten und genau das werden wir auch tun! Wir werden Rotterdam von Jerrys Anwesenheit befreien. Genau. So, was haben wir denn hier? Man pump kann, finde ich scheiße. Was haben wir hier? Zoomstufe 1,5 Dann nehmen wir das. Was ist das? Eine Handgranate. So, erstmal ein bisschen bauen. So, das ist nur ein bisschen. So, wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das hier, dann kommen, dann gehen wir das. So, ich komme jetzt mal. So, ich gehe jetzt mal. So, ich gehe jetzt mal.